Wir sind Ihnen sehr dankbar. Ohne Ihre Leidenschaft und Hingabe hätten wir es nie so weit geschafft. Du hast dieselben Augen wie deine Mutter. Ich freue mich so, dass du hier das Glück gefunden hast. So wie auch sie Zeit ihres Lebens in diesen Räumen glücklich war. Ich mag dich sehr. Ich sie auch. Ich mag euch alle sehr. Ich höre auch kein etwas an. Genug der Emotionen, Leute, aufgehen! Geht hier zum Flütenlafen, das verpasst du nicht. Keine Zeit verschwenden. Euer Flug wartet auf euch. Na los, na los. Eure Koffer, vergesst du nicht. Ich freue mich so. Ich liebe dich. Ich weiß, es wird sehr schwierig für uns. Aber die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind nun mal schwierig. Und ich weiß, dass wir das schaffen. Du sprichst mir aus dem Herzen. Du gefällst mir. So, jetzt habe ich es gesagt. Du gefällst mir. Komm näher. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin so in dich verliebt, dass es fast peinlich ist und mir Angst macht. Na schön, geben wir uns ein Versprechen. Sorgen wir dafür, dass das hier einzigartig und unvergesslich wird. Wir passen aufeinander auf, ja? Ja. Ich will meine Gefühle nicht mehr verbergen. Nein, Diego, das hier ist falsch. Was ist daran falsch, Francesca? Du liebst mich und ich liebe dich, nur darum geht es. Das ist alles. Aber denk doch mal ein bisschen an Wilou und Marco. Die zwei werden sich für uns freuen, wenn wir es ihnen erzählen. Du wirst schon sehen. Und wann erzählen wir es ihnen jetzt? Nein. Es ist besser, wenn wir warten, bis ihr alle von der Tour zurückkommt, oder? Wieso? Glaubst du, sie werden sauer auf uns sein? Ist es deswegen? Nein, nein, nein. Das ist es nicht. Wie heißt es noch so schön alles zu seiner Zeit? Es ist ja vielleicht nur eine Redensart, aber wir sollten abwarten und es ihnen im richtigen Moment sagen. Einverstanden? Ja. Krieg ich noch eine Umarmung? Olga, ich frage Sie nochmal. Wollen Sie, wollen Sie meine Frau werden? Wieso tun Sie mir das an, Ramajo? Weil ich Sie liebe. Weil Sie mich lieben, oder? Weil Sie es nicht mit ansehen können, wie mich ein anderer glücklich macht. Nein, 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 so ist das nicht, Olga. Hören Sie, wir beide wissen ganz genau, dass Sie einzig und allein an meiner Seite wahrhaft glücklich sein können. Hören Sie zu. Sie sind ein Egoist. Wie bitte? Ich sagte, dass Sie ein Egoist sind. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Sie so reagieren, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem anderen Mann glücklich zu werden. Sie sind ein Egoist. Ein Egoist? Und das nur, weil ich die Frau, die ich über alles liebe, heiraten möchte? Nein, nein. Wissen Sie denn, wie lange ich vergeblich auf so einen Antrag von Ihnen gewartet habe? Nein, als wir beide zusammen waren, habe ich nie so etwas von Ihnen gehört. Es ging immer nur um Ihren persönlichen Sicherheitsabstand. Ich habe davon geträumt, mit Ihnen eine Familie zu gründen. Genug, das reicht. Es ist zu spät, Ramayu, aus und vorbei. Das Einzige, was ich jetzt noch tun werde, ist, Sie ein für alle Mal zu vergessen. Und das werde ich tun. Ich weiß, ich kriege das hin. Nein, nein, Olga, ich bitte Sie, nein. Doch, doch, und Sie sollten dasselbe tun, Ramayu. Tun Sie mir den Gefallen. Vergessen Sie mich einfach. Lassen Sie es sein. Hi, ich habe deine Nachricht gelesen. Ich habe meine Koffer noch nicht gepackt, aber zum Glück habe ich noch etwas Zeit. Mein Flug geht erst morgen früh. Gut, es dauert auch nicht lange. Ich wollte dir nur noch etwas sagen, bevor du gehst. Was ist denn? Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich wollte dir sagen, dass du immer sehr wichtig für mich warst und sein wirst. Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Fran, ohne dich hätte ich meinen Traum nie verwirklichen können. Es freut mich so sehr, dass es so gut bei dir läuft. Ich hoffe, du findest jemanden, der dich wirklich gern hat und dich glücklich macht, wenn du nicht schon jemanden gefunden hast. Du weißt davon? Ja, ja. Ich bitte euch nur um eins, ehrlich zu sein. Ehrlich zu euch selbst und auch zu all den anderen. Das ist wichtig. Du bist ein großer Künstler. Und was mich beeindruckt ist, dass du auch als Mensch großartig bist. Ich bin stolz auf dich. Und du wirst mir sehr fehlen. Und nicht nur mir. Eine unerwartete Nachricht. Was? Erschüttert alle im Studio. Was passiert jetzt? Wir werden Schritt für Schritt unseren Weg weitergehen. Ich bin dado. Untertitelung des ZDF, 2020